Herzlich willkommen auf Gutscheinrausch.de. Wir möchten euch heute zeigen, wie ihr einfach einen Rakuten-Gutschein von uns einlösen könnt. Dafür ist es erstmal erforderlich, die Rakuten-Gutschein-Seite bei uns zu öffnen. Und hier im oberen Bereich werden gleich mehrere Aktionen angezeigt. Und wir möchten euch heute mal zeigen, wie ihr 50 Euro Rabatt auf Artikel aus dem Uhren-Warenhaus-Shop erhaltet. Dafür ist es erstmal erforderlich, auf die Schaltfläche Gutscheincode anzeigen und Shop öffnen zu klicken. Es öffnet sich daraufhin ein neues Fenster mit einigen Details zu dieser Gutscheinaktion. Hier oben steht direkt der Gutscheincode, den man sich kopieren kann, indem man hier auf dieses Symbol mit der Schere klickt. Darunter gibt es Informationen zur Gültigkeit und zum Mindestbestellwert, der hier 500 Euro beträgt. Und die Bedingung ist hier, dass der Artikel aus dem Uhren-Warenhaus-Shop kommt. Im anderen Tab hat sich nun bereits die Internetseite geöffnet und es liegt nun bei euch, Artikel in den Warenkorb zu legen, die die Bedingungen erfüllen, den Mindestbestellwert erfüllen und auf die dann letztendlich auch dieser Gutscheincode hier gültig ist. Dafür habe ich mir dreimal die gleiche Uhr, damit der Mindestbestellwert erreicht wird, in den Warenkorb gelegt. Und damit ihr den Gutschein einlösen könnt, müsst ihr erstmal auf zur Kasse gehen klicken. Es öffnet sich dann hier ein Bereich und hier ist es erforderlich, sich erstmal anzumelden bzw. zu registrieren. Im darauffolgenden Schritt müssen die eigenen persönlichen Daten festgelegt werden. Und daraufhin müssen noch die Zahlungsarten festgelegt werden. Erst im letzten Schritt bei Prüfen und Bestätigen, also Schritt Nummer 3, ist es dann möglich, diesen Gutschein einzulösen. Hier werden nochmal alle Daten angezeigt und unten gibt es jetzt diesen Link mit Gutschein einlösen, worauf ihr klicken müsst. Dann öffnet sich hier ein Textfeld. In dieses müsst ihr einfach hineinklicken, einen Rechtsklick machen, auf Einfügen klicken und daraufhin mit dem Klick auf Einlösen bestätigen. Die Seite lädt dann nochmal kurz neu und prüft diesen Gutschein, der nun hier angezeigt wird. Und hier steht nun ihr Sparnis durch Gutschein 50 Euro und die Gesamtsumme hat sich hier reduziert auf 577 Euro. So einfach ist es also möglich, mit unseren Rakuten-Gutscheinen etwas Geld bei der nächsten Bestellung zu sparen. Es lohnt sich also auf jeden Fall bei uns vorbeizuschauen. Das war's von uns, bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!